Knie auf Bauch Die eine Hand ist an der Hüfte und die Hand ist an der Schulter Dann folgt Lisa meiner Bewegung, wenn ich mich bewege wie als würde sie surfen Nun führe ich die Befreiung aus Ich lege mich auf die Seite zu Lisa und schiebe mit den Händen ihr Knie Richtung Boden Die Bewegung ist wie ein Strind Ich lege mich auf die Seite und schiebe sie weg und führe meinen Po von ihr weg Noch einmal